So, schauen wir mal. Wie viele Strafpunkten hast du gehabt letztes Jahr? Ich weiß gar nicht, wo die Strafpunkte ist. Was? Ein Schleimer. Da müssen wir ein bisschen Abzüge machen. Physical, wenn er will, mach deine Hits. Aber sonst... Shooter, einmal Shooter. Shooter mal Kevin. Ich nehme es noch an und schieße. Puck-Skills. Oh shit. Er zupft jetzt nicht so viel, aber kommt überall durch. Ein Oberal muss jetzt den Schnitt ausrechnen. Das Puck-Skills reißt dir ein bisschen ab, muss ich sagen. Ja, ich hätte ihm die Defense weniger gegeben, aber ich habe gesehen, was er bei mir eintragen hat und dementsprechend bin ich dann ein bisschen aufgelaufen. Puck-Skills und Skating, ein bisschen Abzüge, weil er ist ein reiner Shooter, der mal schießt. Und so kommt bei Skating bin ich auf 92 und das ist unser Dura-Sef Hasel, sagen wir mal, der fährt überall hin. Da lasst nicht die Batterie nach, deswegen da muss ich 92 gehen. Disziplin, macht sehr wenig Strafma und tucht da immer auf alles. Und Puck-Skills natürlich, der kommt überall durch, er macht das nicht so, ich lege ihn vielleicht, aber das schaut schon gut aus. Und für mich natürlich auch der Top-Spieler.